Moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Oceans Horn 2. So befinden uns in der Hauptstadt, um Archimedes vor, Mesmeros zu retten. Obwohl wir gerade heraus festgestellt haben, dass Mesmeros ziemlich böse eigentlich ist. Adi ab und auf, was ist das wirklich wert? Auch jetzt kommen natürlich allen Leuten ein bisschen Zweifel, aber es kann uns egal sein. Wir müssen jetzt erstmal hin zu Archimedes und ihn warnen, wie wir sehen können, ist der Kern schon in der Nähe. Können auch gut ein bisschen Leben noch gebrauchen. Wird schon irgendwie gehen. So. Gucken wir mal nach. Spielfortschritt gespeichert. Ein bisschen Leben sollten wir schon nochmal tanken. Oh. Wir sind in die Brücke. Weil ich glaube, wenn wir oben mit so wenig Leben hier nachher in so einen Hauptkampf zu gehen, das macht nicht so. Wir haben gesehen beim letzten Kampf gegen Mesmeros, dass wir da wirklich ordentlich Leben verbraucht haben. Aber ich sehe, hier kann ich das einsammeln. Aber ich sehe hier kann ich das einsammeln. Was solltest du gerne kaufen? Roboter, Batterie, Künstliche, Treibstoffzylinder? Roboter, Batterie, Einheit. Was ist denn noch da? Treibstoffzylinder? Okay. Was ist denn noch da? Künstliche, Gank, Künstliche. Okay. So. Oh, das können wir eigentlich mal gucken. Wir haben ja so ein paar. Wenn man auf die Ausrüstung geht. Wir gehen mal auf Schwert. Hey, warte mal. Duft. Wann ist da? So. Ritterschwert speziell. Schaden. Mach auf Schaden. Ehes Lächeln. Oh. So. So. Speziell machen wir auch mal hier. So. Ausgerüttete Energiesplitter haben wir vier von neun. Können wir noch mehr draufpacken? Ne. Geht doch immer nur ein, ne? So. Aber wir können natürlich bei den anderen Sachen auch noch was draufpacken. Hier bei unserer Waffe. Das geht nicht. Das tut mir so ein Schaden. Das wird dann zufügen. So. Die laden auch schneller. Ist auch nicht schlecht. So. Wie war's beim Schwert? Da haben wir Schaden plus Macht. Na gut. Wohl. Vielleicht sollten wir unseren... Vielleicht sollten wir eher den Schaden hochhören als diese Machtkacke. Aber ne, das geht nicht. Gut. Los. Wir kommen nur. Wir müssen hier hinten einmal rum leider. Ein weiter Weg. Aber es lohnt sich bestimmt. So. Lauf mal. 又 wo ging sie denn nochmal rein? Hörbeigelaufen oder? Hörbeigelaufen. Ich habe eine Karte. Also, äh. Gut. Was sieht denn noch am Eingang aus da? Aber wie? Also, irgendwas habe ich gerade übersehen. Gut. Guck mal, wo wir reinkommen? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Hä? Das ist ja Quatsch. Mann! Das nervt mich jetzt gerade. Wollt man schon jetzt zur Burg gehen? Das ist ja eigentlich nicht so weit weg. Ich bin der Archimedes und halte ihn auf. Wenn ich da halt die Karte angucke, dann gibt es natürlich verschiedene Wege da rein. Aber wir sind da. Irgendwo muss es ja reingehen. Würden diese Dinger da oben gehen? Kommen wir da rein? Ich weiß es nicht. Wir laufen da nochmal längs. Also eine Brücke. Da rüberkommt wahrscheinlich. Damit ich noch was mal rüberkommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich hier total verburts habe. Na gut. Wir haben ja wahrscheinlich Zeit, Archimedes zu finden, ohne... Dann wollen wir uns keine Gedanken machen. Oh, die Brücke. Hinten nix längs, ne? Ah, Mann, ey. Hätte ich noch gleich machen können. Irgendwie bin ich gerade komplett verwirrt, weil ich nicht weiß, wie ich es bin. Archimedes ist in der Mitte. Also so viel wissen wir. Das Fahrstuhl, da kommen wir von oben rüber rein. Das machen wir. Wie bescheuert ist das denn bitte sehr? Hätten wir uns den ganzen Weg sparen können. Dieser Aufzug bringt dich zur Palastetage. Okay, machen wir. Dann kannst du uns direkt zum Großkern begeben. Perfekt. Hätten wir uns sofort machen können. Depp. Aber diesen Weg. Ich weiß nicht, ob wir den... Ist auch egal, wen wir aufhalten sollen, ob wir Archimedes aufhalten sollen. Oder den anderen. Das bleibt sich gleich. So oder so müssen wir aufhalten. Muss dieser Großkern aufgehalten werden. Überhaupt nicht mal. Wo geht der und hier rein? Okay. Super. Hauptstadt Arcadians. Ja. So Archimedes. Ich sag mal, die Kralle an den Kopf. Oh, wo ist er? Er ist doch schon in die Mitte gegangen. Aber das leuchtet müssen wir hin. Überhaupt nicht mal. Aber auch nicht. Hm. Geh noch höher. Okay, dann geh doch noch mal höher. Fangen wir ihm mal die gute Stadtwache hier. Hey, haben sie Archimedes gesehen? Archimedes ist nicht hier. Wir müssen ihn für heute verlassen. Triloth ist die White City, als wir sprechen. Es scheint, es ist jetzt zu uns, die Menschen von Arcadia zu retten. Wie stoppen wir Triloth? Wir werden es, was wir haben. Wir werden es, was wir haben. Wir werden es, Oceainhorn. Aber bevor wir es tun, müssen wir uns vorbereitet werden. Zeit ist weg. Aber wir haben es nur genug, um was du denkst, für die Krieg zu bekommen. Genau. Lasst uns das. Ich will Oceainhorn mit meinem Flut auf den Docken. Also gehen wir da, wenn wir bereit sind. Okay, wir müssen vielleicht ein bisschen ein bisschen leben oder so. Obwohl, hier hinten ist noch so eine Truhe, die holen wir uns einmal. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das Superschwert haben wir auch immer noch nicht. Das können wir auch noch mal holen. eigentlich da hinten ein Fahrrot oder Fahrgott oder wie es heißt. Aber vielleicht können wir ihn auch so aufhalten, ohne dieses Schwert. Gehen wir hier nach oben kurz. Oben noch irgendwas. Blüb, 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 blüb. Als nächstes kann man hier rausgehen. Oh ja, kann man. Von außen an hier. Okay. Kräftig im Hafen, um Trialide gegenüber zu treten. Machen wir jetzt. Aber wo ist der Hafen nochmal? Gute Frage. Ist man irgendwo da unten? Läuft man hier links? Läuft kurz für die Karte? Okay. Wenn man nicht ausge... Weil du wirst hier. Das machen wir jetzt schnell. Kann man hier runterhüpfen oder sterbe ich denn? Auch eine gute Frage, ne? So, wir laufen hier runter. Dann ist der Hafen, ne? Ob wir sehen, wenn wir hier runtergehen? Das passiert also, okay. Also man kann da nicht durch. Dann müssen wir hier durch wieder, um runterzukommen. Aber wir brauchen ein bisschen Leben. Das heißt, wenn wir runtergehen zum Hafen, gucken wir mal ein bisschen Energie irgendwo noch kaufen können. Ja, und nicht runterhüpfen, Alter. Ist das für ein Oldschool-Typ? So. So. Da, hier runter. Gut. Okay, jetzt im Hafen müssen wir ja, aber wir müssen... Vielleicht kann ich noch irgendwo ein, zwei Sachen einkaufen. Oder nicht. Dann laufen wir jetzt mal hin. Man hört sich auch gerne mal den Gegner an. Wir kommen anscheinend nicht durch. Was ja aber nicht schlimm ist. Wir gehen aber hier runter. Okay, wo haben wir den gelassen? Was, ne Truhe? Oh, nein! Nein! Oh, luft ihr den ganz runter? Scheiße! Wenn wir die Truhe noch mitnehmen können, na gut. So, haben wir. Ah, scheiße. Die Truhe hätte man noch mitnehmen können. Naja, egal. Machen wir da hoch zurücklaufen. Habe ich auch gelust, sowas hier in Knopf. Ach, da muss die goldene Kugel drauf, ne? Aber wo ist die Kugel? Das weiß ich jetzt gar nicht. Mir glaube ich irgendjemand hat geschrieben von euch, aber ich kann mich nicht mehr reinhören. Aber das ist ein Automat. Da können wir vielleicht ein paar Sachen kaufen. Vorwärts zum Hafen marschieren. Obwohl es nur... Obwohl, ne. Obwohl, das sind nur Roboter-Sachen, ne? Blut-Orange! Da ist doch Nieschen. Ich brauche jetzt Klappen. Kann ich mein Dings auffüllen? Ich habe genug Kohle. So. Gut. Acht, neun Stück. Das ist doch okay. Obwohl, wir können auch auffüllen bis zehn Länder, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Ist ja noch nicht schlimm. Jetzt sind wir mal zurück zum Hafen. Das war hier rüber, ne? Und dann gucken wir mal, was wir... Was da passiert. Und wie wir messen, ob wir das aufholten können. Bin gespannt. So, genug Co... Äh, genug G haben wir. Davon auch genug. Oh, das war leider hier nirgendwo. Kann man auch da längs laufen? Guck mal. Nee, kann man nicht. Und hier längs. Da liegt ein Brief. Ey, ich war zu Beginn gegangen und habe das Goldnis auf einem Schottplatz gesehen. Ich habe es in meinem Laden gebracht und werde es behalten. Bist du deine Schuld bezahlt als Tech-Laden? Ach, okay. Das ist dann... Da, wo man die Kugel zählt. Da eröffnet sich natürlich das Portal, was natürlich nicht verkehrt ist. Aber... Ich frage, ob wir das brauchen, das Portal. Noch lassen wir das Portal mal weg. Remember to keep moving, we can attack the next level. Okay, let's continue. Da müssen wir eh da rüber. Hier kommt er da her. Da müssen wir hin. Da ist ja schon das Ocean-Ding. Weiß mal, gehen wir hier hoch. Ich habe gerade gesehen, dass da eine Truhe ist. Mit dem richtigen Timing können wir die Truhe bestimmt kriegen. Und jetzt? Ach Quatsch. Ich war nicht euer Ernst. Hey, wie soll man die hin? Ach so, macht der Schalter die an und aus? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht verstanden. Habe ich nicht ganz verstanden. Okay, nochmal rüber. Ich kann nicht mit dir kommen. Ich werde dir helfen, die White City zu evakuieren. Die Nights sind in einem Refuge-Camp at Mount Tikka. Wir versuchen, Triloth zu halten. Ich weiß nicht, wie, aber wir finden einen Weg. Nicht zu hart auf dich, wenn du nicht gelaufen bist. Hier sind die Macht, die größer als uns. Größer als... Mit dir würde ich überall hingehen, Triloth. Warum habe ich mich noch gefragt? Du weißt, wenn das alles übernimmt, würde ich gerne... Ich würde jetzt mit mir reden. Ich bin dein Freak. Du magst mich. Oh. Let's cover the White City Overlook. Haben wir. Ich bin auch gespannt. Die drei Würmer. Oh. Oh, was ist denn jetzt passiert? Wir sind auf jeden Fall nicht in so ein schwarzes Loch gesorgt worden, sondern in dieses große Ding, dieses Triloth. Mal sehen, was passiert. Oh. Ich glaube, ich bin schon wieder. Ich glaube, ich bin schon wieder. Das ist Mesmerath. Ich glaube, ich bin ein Chroniker. Ich bin ein Chroniker. Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Chroniker. A servon von Kronos. Of Time itself. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kannst du auf, die Arena you call Life. Und mache mich ein Glücksfall. Ich bin ein Jahrhundert. Ich bin ein Jahrhundert. Ich bin ein Gerät. ... der Ränen, die große Farbe. Ihr Arches of Existanz. Oh, such beauty. Und eine Magnificent scale. Reaching beyond our galaxy spanning tens of thousands of years The end of the world is nigh And you stand out considerably Oh Even though I have already stepped out of the wheel of time I am still fond of planet Gaia and Arcadia Even though the world will be destroyed I am willing to perform a personal sacrifice that will offer you survival If you are in control of things, let us stop Mesmeroth and Archimedes Let us save the White City from Triloth Yes, Triloth is a magnificent threat, isn't it? It is frightening even by my standards It serves the chaos beyond the physical world Forging destinies as it wishes I cannot stop it, but I am able to observe it And that brings us to my offer The man you call Mesmeroth has learned to control the streams of creation And he is going to take the sacred emblems under his control with a set of curses If the two of you do not survive, he is going to build a new world from the ashes of Arcadia A world of his liking Enter this door and survive Because in a few moments, Triloth will bring something horrible here to destroy you That is the way of things If we step through here, we'll go back? Yes, 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 go Every second counts Okay 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 Anywhere is better than here, right? Ich muss auch alles erlegen Ich muss auch etwas machen hier Ich kann nicht, aber ich würde mich so durch ein Gerät dahin geben Nee, kann man nichts machen, okay Ja, dann lass es doch rein gehen Anywhere is better than here, right? So, gehen wir mal durch. Ach, das Ding haben wir mitgenommen, okay. Okay, Augenzeuge werden, wie die White City zerstört wird. Nein! Stop it! Stop it, please! Oh, jetzt kriegen sie alle Panik da vielleicht. Oh, Archimedes schmiedet was. Ach, Archimedes. No triumph in the stars, no other world waiting for you to bury your dear Calliope. Leave this mad plan of yours and resign, Grand Regent. And we will all live another day. You are a treacherous snake in my garden, Mesmeroth. You might have bitten me. But it doesn't mean I can't cut your head off, servant of the Shadow. You mean this? It is an ancient being, part of the framework that underpins our world. It refused to let go of its power. And as the years went by, this shadow corrupted every creature it could. With bridges like Shadow Maga, the shadow extended its reach to the world of men. You were able to just remove it? I think it has overstayed its welcome. Okay. What you choose next, is up to you, Archimedes. I have summoned Triloth and it is closing in on the white city as we speak. It will tear the city down and everything you built with it. Now is your last chance to step down. Never! Okay, man, der Typ hätte den auch aufhalten können, in den er da ganz gemütlich mal rübermarschiert und den Knopf drückt. Was hat er nicht? Hast du das gesehen? Es funktioniert! The children never returned the Emblem of Sun to the Arcadia Beacon. The Grand Corps will never leave Gaia's atmosphere. You will die here, ancient man. I, on the other hand, have reserved a place in the stream of creation. Garage time in the stream of creation is overworked. Ist da Böse drin? Trill, aktivieren Death Rig. Okay, wir sind weg. Ah ja, wahrscheinlich. Was? Dieses Oceanhorn nennt er uns her. Das ist eher so ein bisschen Glück, ne? Das ist schon ein bisschen Glück, wenn er die Raketen von hinten kommt, da ausweichen zu können. Wir gehen auch noch durch. Das ist eigentlich nicht mehr da. Anscheinend, Entschuldigung. Woah. Berührst du mich? Alter! Alter! Wir luren ihn in die weite Stadt. Ich hoffe, Master Mayfair konnte, die Evacuation zu enden. Ein Tunnel rein? Wahrscheinlich nicht. Okay. Hauptstadt Akkadien. Boah, krass, wie ich steuere, ne? Na, das ist eine Videosequenz, ich steuere grad nicht. Okay, ich steuere doch. Akkadien steuere ich nicht, dachte ich. Okay. Ei, ei, ei. Ups. Ich wollte gar nicht sehen, aber das war schon richtig. Wo? Ich hab's nur abgefahrene Röhre, wodurch ich fang. Au. Hat er mich aber immer ein Leben gekostet hier. Oh. Durch da! Au! Alter Schwede. Dass er immer noch hinterher kommen kann, ist irgendwie auch im Grunde, oder? Das ist hier so ein Krabbelding. Nur noch ein Leben da. Machen wir noch ein bisschen reagieren. Was ist das an? Nein! Ah, ich hänge fest. Das ist doch kacke, ey. Ja. Was ist das? Oh! Bleak! Das könnte der Ausgang sein da hinten vielleicht. Glück haben. Ja. Gott sei Dank. Raus ist er scheiße, ey. Oh! Wo ist Trin? Oh! Oh! Das scheiße, ey. Oh! Lebendige Festung. Gut, pass auf. Den Gegner machen wir aber beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss! Der Ausgangtier ist der Schmitt-